Ein kleines Kind, das gerade geboren wurde, sieht die Welt anders herum. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr dürft Ihnen raten, wo ich gerade bin. Vom Süden Deutschland aus ist es eine Reise von einem Tag und kostet 70 Euro. Und so geht's. Die Möglichkeit, den Payback Automat mal anders zu benutzen. Ihr geht zum Pennymart. Ihr braucht dafür eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. Zum Covid-Thema kommen wir später. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020